Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Sollte jemand mit mir flirten, bitte eindeutige Botschaften senden. Leuchtrakete oder so, sonst check ich das nicht. Damals im Römischen Reich. Das wird leg... Warte, warte... Ionair. Ich muss euch etwas beichten. Ich habe türkisches Blut. Am Messer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr das Wort Syndrom hinter deinen Namen setzen. Mein GTA 5 Charakter, Michael, wurde gerade von dem Polizisten angeschossen, obwohl er weiß ist. Kennt noch jemand diesen Bug? Dortmunder Mannschaft besucht Kinderklinik. Es war traurig, in diese hoffnungslosen Gesichter schauen zu müssen. Timmy, 9. Fußball, der legale Weg, einen Schwarzen zu kaufen. Auf der Erde? Zauberer steckt eine Hand in den Hut. Im Reich der Hasen? Die allmächtige Hand ist wieder da. Wir müssen ein Opfer bringen. Mein neues Handy zählt die Schritte, die ich gehe. So habe ich gestern zur Bar 705 Schritte gebraucht und zurück 12.220 Schritte. Mein Auto ist schon voll in Weihnachtsstimmung. Seit gestern blickt die Tankanzeige ganz festlich. Wenn du dich mal schlecht fühlst, denk immer daran. See-Otter haben eine kleine Tasche in ihrer Haut, in der sie ihren Lieblingsstein aufbewahren. Das ist voll süß. YouTube ist echt schrecklich. Ich habe aber ein Blali-Video angefangen und bin jetzt bei einem Tutorial, wie man Giraffen die Fußnägel schneidet. Mit 16 Aufrufen. Ein Anagramm von 3 Hasenlöse voll Aschenbrödel ist blonde Ersche für Israels Seehunde. Zufall? Ich glaube kaum. Optimist, das Glas ist halb voll. Pessimist, das Glas ist halb leer. Ja, Kevin, das Glas ist durchsüchtig. Trinke was klar ist, esse was gar ist, sammle was rar ist und bumse was da ist. Irgendwie cool, dass in Bargeld schon der Ort enthalten ist, an dem man es ausgibt. Was sagte man früher, wenn Hitler krank war? Der Vergaser ist kaputt. Letztens habe ich etwas gesehen, das mich an meine Ex-Freundin erinnert hat. Dann habe ich es runtergespült. Lieber Weihnachtsmann, da du sie ja sowieso nicht brauchst, könntest du mir eine Liste der unartigen Mädchen geben? 75% der zockenden Mädels sehen so aus, als ob sie Katapulte nach Gondor ziehen. Ich glaube, hier in der Nähe ist ein Mitzgertreffen. Nur Hackfressen hier. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Einen. Wir sind effizient und humorlos. Schatz, wie lange brauchst du noch zum Spülen? Eine Stunde, aber wenn du mir hilfst, geht's schneller. Eine Stunde ist schon okay. Zigaretten sind wie Hamster. Völlig ungefährlich, bis man sie in den Mund steckt und anzündet. Meckes Kassierer veräppeln. Ich, das Übliche bitte. Kassierer, und was ist das? Ich, was ist was? Kassierer, na das Übliche. Ich, ja genau, das nehme ich. Was ist schwarz-weiß gestreift und kommt nicht vom Fleck? Ein Kleberer. Wenn dich jemand fragt, was du heute getan hast, schau geheimnisvoll in die Ferne und sag das Richtige. Yeah, bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.